Die Landarztpraxis ist seit dem 16. Oktober 2023 täglich in Sat.1 zu sehen. In dem Format geht es um die Ärztin Dr. Sarah König, die mit ihrer Tochter Leo nach Wiesenkirchen am Schliersee zieht, um dort einen Neuanfang zu starten. Dabei setzt das Format auf bekannte Darsteller für seine Hauptfiguren. Sarah wird von Caroline Friel verkörpert, die wir unter anderem schon aus Alles, was zählt und Hand aufs Herz kennen. Außerdem macht sie sich in Comedy-Formaten einen Namen. Ihre Tochter Leo wird von Katharina Hirschberg gespielt. Ihre bisher bekannteste Rolle ist die der Bibi Blocksberg in der Bibi und Tina-Serie und dem dazugehörigen Film. Oliver Frank spielt den Landarzt Dr. Fabian Preuss. Bei Heiter bis Tödlich, Akte X, GZSZ oder Rote Rosen konnte er sein Schauspieltalent schon beweisen. Zu guter Letzt ist auch Max Reichinger ein erfahrener Bergretter Teil der Serie. Schauspieler Alexander Koll hat sich schon bei Bettys Diagnose, Ein Fall für die Anrainer oder Knallerfrauen einen Namen gemacht.